Dämpfer für die Fans von Hansi Hinterseer. Seine Band Tiroler Echo wird in Zukunft nicht mehr auf Tour gehen. Hansi Hinterseer. Keine weitere Tournee mit Band Tiroler Echo. Wie oft saßen sie in lustiger Runde zusammen, haben Karten gespielt und dabei über ihre Auftritte geplaudert. Das wird jetzt wohl leider alles der Vergangenheit angehören. Traurig verrät Hansi Hinterseer, 69, im ZDF-Star-Magazin Leute heute. Eine Tournee mit der Band Tiroler Echo, das gibt es nicht mehr. Aber ich möchte wirklich, wirklich sehr gerne weitermachen. Ich freue mich auf die Fans und versuche, das Beste draus zu machen. 28 Jahre haben die fröhlichen Musiker den Schlagersänger auf seinen Tourneen begleitet, aber jetzt lassen die alten Freunde ihren Hansi doch tatsächlich im Stich. Und das, obwohl sie immer so viel Spaß miteinander hatten. Hansi Hinterseer. Die Freundschaft mit seinen alten Bandkollegen bleibt bestehen. Luis Plattner, 67, der Chef der beliebten Volksmusikgruppe, verrät, mit Hansi auf Tour, da kann man was erleben. Als Luis einmal im Tourbus ein Nickerchen machte, schlich sich Hansi Hinterseer an und ließ eine Glocke ertönen. Ich bin vor Schreck fast aus dem Bett gefallen. Das ist typisch Hansi. Aber man kann ihm nie böse sein, weil er dabei so freundlich lächelt. Deshalb werden sie trotz beruflicher Trennung auch weiterhin Freunde bleiben. Luis schwärmt. Ich bin stolz darauf, einen so guten Kumpel wie ihn zu haben. Die Freundschaft zwischen uns ist keine Show, sondern echt.